liebes bürger hier ist richtig das heißt können wir in die mine morgen soll es auch ich nun das ist gut wir haben heute ein wenig extra glück das ist sogar noch besser und wir haben schon der post und die pastinaten sind fertig ist das nicht schön das ist schön das ist super jetzt kann ich das nicht machen weil muss ach das von der falschen obwohl was man dann passt das doch gar nicht das sind nur drei der denkfehler muss mich noch als rüber da ist er müsste weg dann geht der nicht noch dahin dann kann ich mich hier die steine hin machen so muss das nämlich sein das passt uns nämlich gar nicht ich war damit hier mal gar keine pastinaten mehr jetzt sagt ja gerade weggepackt dann lass mich mal noch die steine hier wegnehmen müssen wir dann auch einmal korrigieren das kann bleiben der muss weg auch weg warte mal eins zwei drei vier auch noch einen darüber so rum muss das nämlich wenn dann machen wir es auch richtig ich muss die sonst eben toll dann müsste der komplette bereich ja eigentlich abgedeckt sein so das kann ich eigentlich schon mal alles weg packen ne die will ich eigentlich behalten und auch weg die nehmen wir mit den nehmen wir obwohl den können wir eigentlich hier lassen die sinse brauche ich noch und wir brauchen gleich heute mal tulpen gaben relativ viel energie genau tulpen müssen wir mal anpflanzen wir tulpen brauchen wir so lass uns kurz gucken äh ich nehme mal die pastinaten auch mit damit wir zumindest auf stufe 5 gleich kommen habe ich aber das ding nicht mitgenommen aber das ist auch nicht so wichtig das ist nicht so schlimm das ist auch rum so dann mache ich hier noch einen weg dran kommt der weg der kommt auch weg da hin kommt weg wohl der wie ich bleibt ja im endeffekt so problem behoben erstmal und die vogel steuern nämlich in die mitte so sieht doch schon mal viel besser aus was haben wir denn hier noch nachher genau das äh aus upgraden aber das dauert glaube ich noch nein die wollte ich mitnehmen und die wollte ich mitnehmen so auf zu mitte sonst wird das heute nichts mehr heute ist mittwoch äh heute hat louis eh zu louis ist heute ach louis ja louis ist ja ähm yeah das ist nicht louis ja hat heute zu ich einen amitisten finde den werde ich dir nicht schenken mani dem werde ich epigeld schenken aber dafür müssen wir erstmal einen kriegen abgesehen davon brauchen wir den glaube ich erstmal fürs ach nee haben wir doch eigentlich freigeschaltet ne muss ich gleich mal gucken auf den rückweg ob wir die schon freigeschaltet haben weil mehr rette ich das gibt doch gar nicht ach guck mal hier da oben haben wir auch noch was lauch so ist direkt die erste treppe wunderbar kaputt das ist ja wirklich hier lucky glaube ich ne die zweite treppe hier oh falsche waffe ach nicht dein ernst mit da schon voll fast ich bin vergiftet auf dem land von beiden weiß dass das inventar voll ist erzähl mir was was ich noch nicht war das inventar ist voll das ist eigentlich kein pogen in dem spiel blödes vieh ich habe mir mal so ein lauch in die backen ein bisschen energie auffüllen und stufe 5 erreicht der schön diesmal unsere ziele erreicht das ist wundervoll das müsste jetzt glaube ich stufe 40 sein ne ja sag ich doch einfach mal nur nicht übertrieben ne einfach mal durch stufe 40 gehen ja komm geh kaputt ja doppeltreppe na und ist noch was das will ich auch ganz gerne mit dem viel was braucht was glaube ich auch du kannst auch eine krabbe droppen die hat er jetzt nicht gemacht aber auch keine habe ich genug davon brauche ich keine mache ich übrigens absichtlich kaputt weil das gab irgendwie auch mal ein erfolg oder so also so so Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ich würde ganz gerne noch drei Etagen runterkommen, aber ich finde die Bildtreppe nicht Könnte man sich nicht irgendwie Bomben bauen oder sowas? War da nicht wahr was? Da ist doch die Treppe Das Kupfer, das würde ich auf jeden Fall mitnehmen Aber diese Diktas sind auch hier Verdammt, ich habe keinen Platz für die Geode Und ich bin gleich sauernd, wenn ich nicht aufpasse Ja, hau ab du, blödes Vieh Ich bin kaputt Verdammt, ich muss raus Wir haben schon wieder halb spät Uh, schnell weg hier Was ist denn noch in der Kiste? Komme ich nicht mehr dran, ne? Doch, warte, in der Kiste komme ich noch dran Ja, ich muss raus Wir haben gleich zehn Verdammt Beistück hätten noch gefehlt Schade Aber es regnet morgen ja noch mal Deswegen gehen wir dann direkt noch mal rein Vielleicht erreichten wir dann Stufe 10 Wenn ich fünf Treppen finde in einer Tour Ist das schon nicht schlecht Dann ist das glaube ich schon ganz gut Ähm, ich gucke gerade was können wir dem verkaufen Eigentlich nichts Doch, das können wir verkaufen Den Rest würde ich erstmal sammeln Den Karotten nehme ich gleich mal mit Wie sieht denn das morgen aus mit dem Wetter? Morgen scheint mir die Sonne Ja, da ist das mit der Mit der Vogelscheuche übrigens Aber wir haben bisher noch keine Krähen gehabt, ne? Hast du schon welche? Das war wahrscheinlich irgendwie Findest du oder so War doch richtig 10.000 Schritte gelaufen Das war ich fast auf einmal täglich Verschwunden Ach, die Axt Ja, dann können wir direkt holen Kann ich nämlich direkt auf den Wichter Und zu Robin gehen Ich muss gleich um die Fenster zu machen Ich weiß, wer wo die Axt ist So grob So grob Das würde gerade irgendjemand hier was klauen Die müsste doch hier Da riechst du doch Ja, was habe ich denn da gerade gesehen? Ist doch gerade jemand Vorbeigehuscht hier Halt die Rindsebacke Ich habe gesagt, da ist gerade jemand vorbeigehuscht Dieser ist noch nicht die Rindsebacke Ich habe das hier noch nie Ich habe das hier noch nicht die Rindsebacke Untertitelung des ZDF, 2020 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 So, dann habe ich den nämlich auch schon mal abgeschlossen. Den Rest haben wir noch nicht, ne? Ne, den Rest haben wir noch nicht, schade. Ich weiß jetzt nicht, ob wir die Höhlenkarotte auch für irgendwas brauchen. Was ist hier? Nutzpflanzen. Ja. Mal ist noch nichts. Arbeiten war aber noch dran. Ich würde sagen, einen Tag machen wir noch. Dann hören wir dann auch auf. Weil ich muss mich noch essen machen. Und ich muss aber heute leider wieder arbeiten. Mein Urlaub ist ja leider vorbei. Ich würde gerne noch mal zwei Wochen. rum. Und ich packe mich auch mal da rein. Wir könnten aber eigentlich schon mal ein paar... was ist hier denn, äh... Ich habe mal von den Sachen schon mal laufen lassen. Yeah, Mieterarbeitsstufe 2. Sehr schön. Und Kampf Level 1. Robust der Ring und Käfersteak. Okay, Käfersteak kenne ich jetzt nicht, glaube ich. Oder habe ich das schon mal übersehen? Also, ich habe das übersehen. Das ist ein... Das ist ein Käfersteak. Käferfleisch, 10 Stück. Äh, wohl bekommt es, wenn man so schön sagt, ne? Ach, morgen ist das Frühlingsfest. Ach, nee. Da ist der Hund. Und... Machen wir einfach in der Zeit, äh, Blumkies werden. Und da ist... Lohn, nein. Genau so gut, komm her, sei ein braves Hündchen. Ach, ja. So, wir haben ein Post-Eierfestes morgen. Ach, ja. Problem ist, dass wir uns da immer gegenseitig die Eier klauen. So, das kann ich wegpacken. Dann kann ich das schon mal mitnehmen und ich brauche den Amethysten. Was brauchte ich noch? Die Muschel haben wir, glaube ich, ne? Was braucht man denn noch für das Aquarium? Na, den einen Fisch habe ich den. Welche ist das hier? Zwergwels habe ich den Zwergwels. Schwarzbarsch. Zwergwels, dann kann ich den auch mitnehmen. So, die Muschel habe ich. Äh, warte, nein. Was ist denn so? Die Muschel haben wir. Das heißt, dann hätten wir schon mal drei. Dann brauchen wir noch zwei Sachen, um das fertig zu machen. Gleich hätte ich auch noch einen. Anwächsraum. Holz und Steine. Winter, Sommer, Exoten. Da haben wir noch nichts. Das hat so fertig gemacht. Haben wir denn, wie viele Steine haben wir denn da momentan? 99 Stück, dann könnte ich die auch direkt mitnehmen. Die habe ich da, ich habe keine Steine, das gibt es doch nicht. Ja, wir haben keine Steine. Den nehmen wir mal mit. Brauchst du, nein, ich würde das Spiel noch nicht verlassen. Weiß sonst noch irgendwas. Kreisekammer, Aquarium, Handwerker, wo war denn das eine Handwerker war das nicht? Genau, Blumenkohl und Kartoffeln. Blumenkohl und Kartoffeln. Also Kartoffeln weiß ich, dass wir die haben. Ich bin noch kein Blumenkohl, sehe ich gerade. Nee, haben wir noch nicht. Oh, war lange den Blumenkohl. Oh, war lange den Blumenkohl. Und die eine Kartoffel da oben ist aufbett, sehe ich gerade. Und ich die auch mitnehmen. So, nehme ich die Angel noch mit? Komm, wir nehmen noch die Angel mit, dann können wir gucken, ob wir noch was geangelt kriegen. Ähm, ja. Ich frage, ob wir Abigail vorher noch begegnen. Hier hängt nichts aus. Da ist, äh, Schätzelein, ich hab da was für dich. Oh, ja. Obwohl, machen wir die Eierjagd noch mit rein als Folge? Nee, dann machen wir nächste Folge, ne? Okay. Ah, da muss ich nämlich gleich gucken, welche Fische, wenn uns noch fehlen, welche ich dann noch angeln kann. Was will ich denn noch mit reinpacken? Aber ich glaube, wir kriegen sie auch so noch nicht alle. Gottes Lachs, den kriege ich, glaube ich. Den haben wir doch schon. Leichfische. Den Stör kriegen wir erst im Sommer. Deswegen kann ich den noch nicht holen. Ozeanfische könnte ich probieren. Will ich den Dingsfisch noch nicht? Thunfisch? Ich glaube, den kriege ich dann auch noch nicht. Ah, warte, ich hab noch was vergessen, sehe ich gerade. Ich hab noch was vergessen. Ja, das war in der Mitte, glaube ich, ne? Genau. Das war in der Mitte, die Krabbensäuse. Ähm, was sind da? Das könnten wir eventuell noch finden. Die Herzmuschel, der Rest ist einfach random. Könnten wir eventuell beim Händler bekommen. Jetzt brauchen wir noch den Blumenkohl. Und dann hätten wir alles zusammen. Das nächste ist nämlich schon fertig. Ansonsten hab ich jetzt auch nichts. Schätzelein. Wo willst du hin? Ja, ich will ihn mitnehmen. Haben wir denn hier noch irgendwo was, dass ich einsammeln kann? Macht unser Geld schon wieder weg? Ja, sieht schlecht aus. Ja, ich will ihn. Untertitelung des ZDF, 2020 No Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, eine Flunde habe ich bekommen Untertitelung des ZDF, 2020 Oh, eine Flunde habe ich bekommen Untertitelung des ZDF, 2020 Ach, das Geld ist wirklich separat, wenn wir die Aufträge machen Ich habe gerade gesehen, dass du Robins Axt gerade gemacht hast Oh, eine Muscheln, eine Muscheln mitnehmen Nehmen das schöne Ding in hier Oh Oh Ich bin das Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, jetzt haben wir gleich elf. Ich hoffe, ich könnte noch verkaufen. Den Rest würde ich jetzt erstmal behalten. Ich brauche auf jeden Fall mehr Pisten, glaube ich. Warte mal, ich könnte eigentlich noch. Oh, cool, wir haben sogar Angelstufe 2, sehe ich gerade. So, dann war es das erstmal für heute.